hallo schön dass du auf meinem kanal gestoßen bist 2012 ist rum 2013 wird starten ganz klar damit das hier nicht zu langweilig wird wird es auch einige neuerungen auf meinem kanal geben früher hat er sich ja jetzt noch zeigt er sich ja hier in diesem design und war auch recht ansprechend hat aber jetzt doch leider da mal ausgedient es wird neuerungen kommen was natürlich bleiben wird ist ganz normal auch weiterhin meine fanpage auf facebook wird da wird sich nicht groß ändern das einzige was ich hier wirklich schon geändert hat das ist jetzt hier einen qr-code geben wird der wird es jetzt bei youtube auch geben und da könnt ihr dann direkt dann halt hier zum beispiel hier bei facebook jetzt könnt ihr mit eurem handy dann einfach einscannen und seid ihr trägt schon auf meinem kanal für mich dann werdet ihr zu google geleitet und da ist natürlich dann der erste vorschlag von google dann direkt mein youtube kanal ja mein youtube kanal wird sich demnächst so präsentieren das ist jetzt einfach nur ein entwurf so wird das design aussehen auch hier gibt es dann diesen qr-code den man dann einfach einscannen kann und das war es eigentlich auch schon hier an der seite sieht man dann noch ein paar spezifische sachen die ich jetzt mache und natürlich auch noch ein paar mehr ganz klar aber das sind jetzt erst mal die neuen neuen die 2013 auf meinem kanal zu finden sind merke jetzt erst mal dazu nicht zu sagen ich wünsche euch noch viel spaß auf meinem kanal und ja spieker schocken